Was geht ab, Freunde? Wir gehen heute wieder das allererste Mal seit langem in Roblox rein und ich werde 5 verschiedene Roblox-Spiele spielen, die am besten geratet sind und mir vorgeschlagen werden. Nur um euch dann zu sagen, was das beste Roblox-Spiel auf Roblox ist. Vielleicht ist auch einfach alles kacke, keine Ahnung. Für dich empfohlen. Genau hier spielen wir 5 Spiele. Die besten 5 Spiele, die mir empfohlen werden. Nachwirkungen heißt das erste Spiel. Es kostet Geld, Bruder! 299 Euro! Ich hab's gekauft. Let's go! Es muss jetzt gut sein, Bruder. Es muss gut sein. Ich spawn in einem Wald und jetzt? Warte mal, hab ich gerade 199 Roblox-Spiel gegeben, um einfach hier irgendwo auf der Straße ausgesetzt zu werden? Ach, man sammelt so Sachen, ähnlich wie dieses neue Game, was wir gezockt haben. Wie hieß das nochmal, Chat? Man kann die Autos durchsuchen, okay. Kompass. Ups, das war außersehen. Ne Rose, okay. Ziehen uns um, wieso nicht? Oh, Tank! Und jetzt können wir ein Auto klauen. Einen Schwamm brauchen wir nicht. Können wir hier einsteigen? Können wir nicht. Ich hab irgendwie das Gefühl, ich bin hier alleine. Ich wäre eine Eule. Ich geh einfach mal entlang der Straße. Map. Ah, es gibt eine Map. Ah, ich bin hier gerade. Ich bewege mich Richtung Redfield. Gehen wir mal zur ersten Stadt, die es hier gibt. Das ist ein Zombiespiel. Was laberst du? Ich krieg Angst, Chat. Ich krieg Angst. Boah. Oh, tschüss. Geiler Arsch, aber. Gibt's noch ein Dach, aber wenn ich den jetzt eh schon getötet hab, dann muss ich das hier auch durchsuchen, ob hier irgendwas ist. Antibiotikum will ich nicht. Ich brauch ne Waffe. Hier kommt irgendwer hoch. Mann. Ist hier nirgendwo ne Waffe? Hier ist noch niemals ne Waffe irgendwo drin. Ah, ich kann mir Waffen... Tschüss. Der ist da oben. Schnell weg hier. Ich hab keine Waffe. Ich hab keine Waffe. Jawoll. Oh, yes. Endlich. Da ist einer. Da ist einer. Genau jetzt. Chat, wie gut. Zwei Stück. Salamu alaikum. Ah, das ist ein Zombie. Da muss der andere Tipp. Bleib stehen. Die ist leer. Die ist leer. Die Waffe ist leer. Lass mich in Ruhe, bitte. Ich hab keine Munition. Was zur Hölle? Nein. Oh, ich bin tot. Naja, das Spiel ist so kacke, ne? Das Spiel ist so kacke. Ist das krass? Verlassen. Raus aus dem Spiel. Kriegt ne 3 von 10 von mir. Ist das heftig. Okay, ich glaube, weil ich gerade ein Waffenspiel gespielt hab, wird mir automatisch auch sowas empfohlen. Hat jemand nen Screenshot von den anderen Sachen, die mir empfohlen wurden, Chat? Weil ich will jetzt nicht nur Waffenspiele spielen. Brawl Stars? In Roblox? Was zur... Null Bargeld. Warte, wo muss ich denn hin? Leon? Stachel? Mr. P? Nee, oder? Biene. Warte mal, gehen wir zu Leon. Check nicht ganz, was meine... Aufgabe ist. Kisten fallen jetzt. Was? Ist das für ein Kackspiel? Kostenlos Dropper. Du kannst dein Bargeld hier sammeln. Mein Gott, ist das scheiße, das Spiel. Ist das krass. Das zählen wir nicht mal als Spiel. So kacke war das. Das zählen wir nicht mal als Spiel. So schlimm war das. Okay, wir gehen rein. Arm Kampf Simulator. Arm Wrestle Simulator. Man trainiert hier? Wird's mich... Ich hab ne Nuller Stärke. Das ist ein Gym Simulator. Ernsthaft? Ah, man muss hier gegen den Mobber anfangen. Und ihn besiegen. Warte mal, wie kann ich denn trainieren? Ah, hier. Kann meine Stärke erhöhen. Was ist das denn? Ich bin noch als Noob eingestuft. Okay, ab 50 krieg ich ne neue Hantel. Jetzt bin ich 50. Ne, eins fehlt mir noch. Jetzt. 2 Kilo. Jetzt 2 Kilo. Ist das krass. Das ist wie Case-Clicker oder Cookie-Clicker. Muss einfach die ganze Zeit klicken, um mehr Kraft zu bekommen. Ab 350 krieg ich mehr Kraft. Ich bin aber immer noch ein Noob. Man kann auch Handstärke verbessern. Ich verbessere gerade nur Bizeps-Kraft. Okay, warte mal. Dann machen wir mal Handstärke. Was ist so? Ab 50 krieg ich ein neues. Okay. 2 Kilogramm. Wir machen die 100 voll. Okay, was gibt es hier noch? Handstärke, Knöchelstärke. Haustiere? Wo? Tränen wir jetzt mal Knöchelstärke. Ah, hier. Es zur Hölle. Okay, meine Knöchelstärke ist bei 300. Warte, ich will 400. Ich will 400. Mach die 800 voll. Ah, ihr seht es nicht, ne? Wir haben jetzt aber auf jeden Fall 800. Hier können wir das auf jeden Fall noch nicht benutzen. Äh, okay. Kämpfen wir gegen den Mobber. Das kann ja nicht so schwer sein, oder? Was muss ich machen? Ach, tippen. Ah, mit Maus. Ach so. Na, easy. Hä? Hä? Gegen den Lehrer. Das schaffen wir auch. Oha. Wenn man schnell tippen kann, gewinnt man. Okay, er ist zu stark. Fitnessrat ist zu stark. Gegen den Lehrer und den Mobber. Das kriegen wir hin. Aber die Fitnessrat ist einfach zu stark, Chad. Wir brauchen 350 Bizeps. Wir brauchen mehr Bizepskraft. Ich fühle mich wie bei Karate-Kid-Chat. Ab 1K kriegt man ein neues. Ich will alles auf 1K haben. Okay, Handstärke dauert wahrscheinlich am längsten. Bizepskraft geht easy. Ahmet, Bruder. Reagier mal auf Ada. Bruder, du siehst doch, dass ich Wichtigeres zu tun habe. Ich muss auch trainieren. Der eine läuft nach New York. Der andere kriegt 1000 Bizepskraft in Roblox. Und jetzt Handstärke. Tausende Handstärke. Ich gebe niemals auf. Oh, man kriegt hier Geschenke. Hey! Hey, wie cool. Ich habe was alles auf 1000 jetzt. Jetzt könnte ich theoretisch hier schon das hier benutzen. Mittel. Ja, Junge. Wo bin ich denn jetzt hier noch? Noob bitte? 1,1. Zwei Sachen. Wir gehen auf Handstärke. Bei allem 1,1K. Und jetzt probieren wir es nochmal gegen... Hier gibt es auch Eggs. Ist das krass. Es gibt so wieder Haustiere, mit denen man alles verbessern kann. Ey, ich schwöre ich. Weil... Machen die gut Geld damit, Chat? Weil diese Spiele haben mich schon so oft süchtig gemacht. Katze, gewöhnlich. Kann ich Katze jetzt ausrüsten? Jetzt habe ich eine... Oh mein Gott. Drei Eier. Das hat Geld gekostet. Ich habe Geld bezahlt gerade. Nein, Pokale. Achso, drei haben Geld gekostet. Achso. Ich dachte, drei haben Geld gekostet. Jetzt sollte ich es schaffen gegen Fitness-Ratte. Komm her, Fitness-Ratte. Oh, er hat zu viel. Wir haben nur 3,3K Stärke insgesamt. Er hat 50. Ich muss gegen Fitness-Ratte gewinnen. Unbedingt, Chat. Vorher gebe ich nicht auf. Fitness-Ratte. Ich mache sieben Klicks pro Sekunde. Er sagt, drück doch schneller. Oha, Bruder. Einer denkt, ich mache Jitterklicken Pro. Guck mal, wie schnell das hochgeht. Wer ist unser Gegner, hä? Wer ist unser Gegner? Und ablegen. Und hier. Und zack. Bei auch Laufen-Chat. Cardio. Cardio nebenbei. 2K. Kann man ab 2K ein neues? Ab 3K. Mach Auto-Zug. Oha. Das ist schneller als ich. Ab 3K neues. Geh hoch auf 5K. Oh mein Gott. Episch. Ey, wie bin ich denn immer noch ein Noob? Wie kann das sein? Jetzt noch hier, kämpfen, Chat. Wir sind gerade bei Knöchelstärke 1,7K. Okay, das Spiel kriegt von mir sogar, da kann man gut reinhusteln. Das Ding ist, an sich hat dieses Spiel gar keins. Man hustelt nur, um husteln, zu husteln, zu husteln. Aber es ist ähnlich wie bei Cookie-Kicker. Manche feiern das und ich finde das auch cool. Das Problem ist, es wird schnell süchtig. Aber das Spiel kriegt von mir eine 7, 6, 7. Okay, was war hier noch? Basketball-Legenden wurden mir vorgeschlagen. Das hier sehe ich leider nicht. Dann gehen wir in das dritte Spiel. Basketball-Legenden. Es geht... Ich spawne direkt in dem Spiel. Hier, gib mir den Ball. Ich hab den, ich hab ihn mal. Wie schmeiß ich den denn? Oh mein Gott. Oh, nicht getroffen. Er schreit Pass. Mein Mitspieler schreit Pass. Das ist krass. Alle schreien Pass. Pass mir, pass mir, Bro. Habe ihn. Ah, ich hab ihn. Ah, knapp. Hä? Wie hab ich ihn nicht? Ich muss ihn abfangen. Mist. Okay, gib ihn mir. Gib ihn mir, Bro. Hier. Hier. Gib ihn auch mir, Junge. Wie die nur zu zweit spielen. Hier, ich steh frei. Ich steh frei. Gib ihn auch mir, Junge. Die spielen nur zu zweit. Pass doch. Der geht... Ah, Junge. Ich gönne nicht. Ist das krass, Digga. Gib mir den Ball. Hallo. Digga, ich versuche, den hier wegzunehmen. Hier, extra hier. Ja. Du Schwanz. So. Und ihr weißt was, ich mach jetzt ein Eigentor. Der hässliche, Junge. Pass. Nein, ich pass euch nicht. Ah. Shot Clock verstoßen. Egal. Aus Prinzip nicht gönnen. Aus Prinzip nicht gönnen. Ich hoffe, wir verlieren. Unser. Jawohl. Schön, Jungs. Und jetzt clever ausspielen. Schön. Und jetzt. Ja, war schlecht. Sorry, Jungs. Da hab ich ihn. Boah, Junge. Sehr hässlich, Junge. Weiß nicht, wie man spielt. Ball weggenommen. Aber ich liebe deine Streams. Ja, hol ihn dir. Schnapp ihn dir. Genau. Und hier. Perfekt. Der ist perfekt. Hush. 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 Boston has won the game. Ich will nicht sagen, durch mich. Man könnte aber sagen, durch mich. Okay. Choky Sella mit. Gute Runde. Schick Tracky. Hey, Bruder. Ist das krass. Okay. Wir verlassen das Spiel. Ich sag, das Spiel war gar nicht mal so kacke. Kriegt von mir eine 4 von 10. Okay. Damit haben wir drei Spiele gespielt. Fehlen noch zwei Stück. Eins, zwei, drei. Teleporting to Tutorial. Gratis Champ. Äh. Ja, bitte Gaso. Gaso, bitte. Lufus. Soll das Ruffy sein? Okay. Und jetzt? Warten. Lenke den Ball ab, wenn er in der Nähe ist. Ah. Aber man spielt ihn sich so gegenseitig zu. Aus den Armen habe ich. Ob das nichts gebracht hat, hä? Ich bin ein bisschen verkackt. Einer ist tot. Aber ich habe auch nicht mehr viel Leben. Ich sehe es jetzt. Ich checke es jetzt. Jawohl. Das ist gut, das ist gut. Das ist gut. Hä? Oh, nee. Warum habe ich weniger Leben? Wenn jemand... Ich bin eingetötet. Ich habe schon wieder eingetötet. Let's go, chat. Nein, er hätte mich getroffen. Das ist gefährlich. Er geht doch nur auf mich. Oh. Wo ist der Ball? Eins gegen eins, chat. Eins gegen eins. Ich könnte das gewinnen. Ich habe gewonnen. Er hat noch Hilfe vom Leben. Easy, chat. Easy. Damit hat das Tutorial-Game gegen alle gewonnen. Ich weiß jetzt, wie man spielt. Und jetzt... Digga, wie weird sieht das aus? Jetzt geht man hier in die Spiele rein, oder was? Und man wartet hier, bis es zu Ende ist. Einer fliegt. Ist das krass, Bruder? Einer fliegt, Bruder. Nuho hat Scherbix getötet. Jetzt gleich geht's los. Ich möchte hier noch vorher dieses Ding beanspruchen. Nee. Für die nächste Karte abstimmen. Äh, Ghoul Arena. Junge, warum haben die so krasse Skins und sowas? Das ist heftig. Ich vergesse immer, wie krass Roblox ist, wie viele Leute das einfach so spielen. So verschiedene Server-Games und so. Hä? Was geht denn hier ab? Was haben die für Skills, Bruder? Jawohl. Ich sterbe nicht. Ich sterbe nicht. Auch wenn ihr alle besser seid als ich und krassere Skins habt. Was war das? Einfach ein Laser. Oh mein Gott. Da geht's ja richtig. Ich check die Hälfte nicht. Irgendwer ist tot. Irgendwer ist tot. Wo ist der Ball? Da? Die kämpfen mit Lasern und so. Ist das krass. Ich hab nur mein Schwert. Ich bin, ich bin. Wo ist der Ball? Da? Er wollte eins gegen eins gegen mich. Er hat sich extra vor mich gestellt. Ich muss weg von diesem Typen hier. Der eine steht wie ein Mann in der Mitte. Ist das krass. Oh. Der nächste Tote. Wird ich mehr so viel leben? Ich bin, ich bin, ich bin. Let's go. Oh mein Gott. Er hat mich auseinandergenommen. Ist das krass, Chad? Ich bin gestorben im Viertelfinale. Okay. Ich muss sagen, das Spiel an sich coole Idee. Ich find's nicht mal kacke. Ich würde dem Spiel eine 5 von 10 geben. Es ist immer noch nicht das Beste, aber wir kommen jetzt zum Finale und zwar zu Pet Simulator. Bisher war für mich Armkampf Simulator Platz 1, Basketball Legenden Platz 2, Platz 3 Dissi und das, was Geld gekostet hat, fand ich am schlechtesten sogar. Weil es auch einfach wenige gespielt haben und zwar am ununterhaltsamsten. Simulator 99. Backrooms. Es ist wieder so ein Spiel. Oh mein Gott, Chad. Suchtspiel Nummer 1. Ich brauche 900 München, um in die zweite Welt zu kommen. Aber guck mal, wie viele Leute hier unterwegs sind. Das ist heftig. Ey, Chad. Ah, ich muss öffnen. Küken neu. Okay. Na, Bro. Ich werde hier nicht wieder mich einsuchten und mehrere Level machen. Da sehe ich mich nicht, Chad. Da sehe ich mich nicht. Ich bin raus. Ich bin raus. Das war das schlechteste Spiel. Das sah auch nicht mal geil aus. Da würde ich lieber dieses SpongeBob Game zocken, was wir gezockt haben. Das war es mit den Roblox-Spielen. Ich bin raus. Das war es mit dem